Weiter im Sinken ist die Zahl der Corona-Infektionen im Land. Gut 14.000 waren es heute allerdings bei vergleichsweise wenigen Tests. Der 7-Tage-Schnitt fällt damit unter 16.000. Was aber auch immer weiter zurückgeht, ist die Impfbereitschaft. Gestern wurden nicht mal mehr 4.000 Menschen geimpft, nur 207 davon zum ersten Mal. Die Impfpflicht ist ja seit einem Monat ausgesetzt, aber ob sie je wiederkommt, das wird immer fraglicher. Die Elga GmbH, die das Impfregister führen soll, hat nämlich gravierende Bedenken, was den Datenschutz angeht und hat deswegen eine formelle Prüfung beantragt. Ballfleischandl und Margit Laufer wissen wir. Ist die Covid-19-Impfpflicht mit dem europäischen Datenschutz vereinbar? Nein, wenn es nach der Elga GmbH geht. Sie stellt die Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht generell in Frage und hat deshalb die Datenschutzbehörde mit einer Prüfung beauftragt. Die Unterlagen liegen der ZIB2 vor, bei der Elga will man diese heute aber nicht kommentieren. Dass die Elga die Datenschutzfolgenabschätzung eingebracht hat, ist aus Sicht des Datenschützers unumgänglich. Ich glaube nicht, dass die Elga hätte anders handeln können, weil sie sind der Verantwortliche für das Impfregister und deswegen auch für die Impfpflicht. Deswegen haben sie auch das Haftungsrisiko. Und es ist ganz klar, dass man hier eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss. Die Elga GmbH kommt darin zu dem Schluss. Eine sanktionsbewährte Covid-19-Impfpflicht ist daher unter den gegebenen Umständen nicht verhältnismäßig, weshalb in weiterer Folge auch die Verarbeitung zur Vollziehung der Covid-19-Impfpflicht nicht unzulässig ist. Komme es trotz der Unzulässigkeit zu einer Verarbeitung der Daten, fürchte die Elga GmbH Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Im Gesundheitsministerium verweist man auf das regelmäßige Monitoring der Impfpflicht. Eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit sei bereits durch die Impfpflichtkommission erfolgt, heißt es. Dem Gesundheitsministerium ist es zum aktuellen Stand besonders wichtig, dass die weiteren Vorbereitungen für das beschlossene Gesetz wie vereinbart durch die Elga-Geschäftsführung fortgeführt werden. Jetzt liegt die Datenschutzfolgenabschätzung der Elga bei der Datenschutzbehörde, die über das weitere Vorgehen entscheiden muss. Also wenn die Datenschutzbehörde der Elga zustimmt, dann ist die Impfpflicht tot. Dann muss man dieses Gesetz wirklich von vorne nochmal schreiben, weil damit ist klar, dass diese Maßnahme nicht mehr verhältnismäßig ist. Und das nimmt eigentlich eine Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof vorweg. Für diese Entscheidung hat die Datenschutzbehörde jetzt acht Wochen Zeit, bei Bedarf auch länger. Gleichzeitig will die Impfpflichtkommission bereits im Mai darüber entscheiden, wie es mit der Impfpflicht aus ihrer Sicht weitergehen soll.